Drei, zwei, eins, halt selbst hier und weit Afass sieben. Wir haben so auf dem Server gedroint, wir wollen endlich sterben. Wären da. Woskooo! Wir wollen endlich sterben Okay! Ja, vielleicht letzte Folge. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ist die Frage ob er überhaupt fighten will und wenn, wo er ist? Lass einfach spawnen hoffen. Ja, machen wir machen wir. Okay, es wäre natürlich gut jetzt. Ich hab Bereich Paris bin ich dafür vorbereitet. Ich hab nicht mal Lava-Eimer oder so, ne? Du hast keinen. Nein. Ich glaub, hier ist ein Lava-Eimer, oder? Hier ist ein Lava-Eimer. Hast du genügend Food und Blöcke? Ich hab noch relativ gut Food. Ich hab Blöcke. Du hast mal den ganzen Schwachsinn aus, das mach ich auch gerade. Das brauch ich nicht. Kurze Frage, sagst du. Let's go, let's go. Lass mal in die Mitte kurz spawnen. Ja, lass einfach mal alles kurz absuchen. Mitte ist da. Ähm, wo, wo, wo's bo... Warte, da, sicher? Ja, relativ. Achso, ja. Genau da wollte ich hingehen, what the fuck. Ja, mein ich ja. Ja, hä? Das ist das Witz von mir. Das ist mal. Okay, wir müssen den jetzt holen, ich glaube nicht, dass er einfach random in der Mitte chillt. Lass kurz Never again und so, einfach gucken. Ja, aber ich will auf jeden Fall mal ein bisschen irgendwie... Wo sind wir? Ich glaube, es ist mehr links, oder? Ähm, ja, irgendwie mehr da, oder? Oder das Wetter ist so laut, warte kurz. Wo mach ich das hier? Wetter, ja, komm, so. Hey, die Scheiße, ist so laut. Ähm, okay. Ah, ja, hier ist... Ich glaube, links mehr, ne? Oh ja? Es muss ja 0,0 sein, warte. 0,0 ist... Muss es 0,0 sein? Es ist, ja, ich glaub's 0,0. Du warst schon mehr am Spawn, dann müssen wir noch richtig weit laufen. Ich glaube nicht, dass es 0,0 ist, oder? Wo machst du gerade hin? Da hin. Drücken, was machst du? Ich weiß nicht wirklich, ich bin scheiße, um kurz lesen. Da lang, da lang. Ja, ich merkte das, was zum Fick. Wir müssen durchs Dorf. Also, ich hab... Hier war noch Spawn-Lächer gerade, da bin ich dumm. Die Mitte ist hier... Ich glaube, das... Das sieht einfach nur so aus. Ich bin aber echt auch gerade verwirrt. Willst du ihn mal fragen, ob er fighten will? Ja. Na ja, okay, hast du gerade, okay. Na gut, dann finden wir ihn halt. Ich glaube, ist das... Nee, das ist nicht das Dorf. So. Komm. Wir sind Folge 15 dran. Jo. Er lügt an. Ah. Nein, aber nicht. Pfff. Wir haben, glaube ich, legit das schlechteste Equip aus dem ganzen Projekt gerade. Tom, komm. Vielleicht der Typ denkt, wir werden jetzt so Ultra-Stack, wir sind halt so anders-Stack. Boah, Alter, ich kann nicht schreiben, Warte. Ich auch nicht. Einfach. Er will auch mal fahren, wir wollen auch mal fighten, Alter. Schau mal weiter mit ihm, wir suchen ihn jetzt. Währenddessen. Also, ich wüsste nie der Spawn. Ja, also, wenn wir nach deiner Logik gehen, müssen wir jetzt nach rechts. Ja. Es muss 0-0 sein. Na gut, dann gehen wir jetzt rechts. Ich glaube nicht, dass er unter der Erde ist. Ja, er meinte, er will auch mal farmen. Nimm Spinnen mit, aber vielleicht auch Level-Farm? Trotz, wir können nichts anderes machen. Also, er meinte, er will auch farmen, deswegen denke ich mal schon, dass er unter der Erde ist. Ja, aber dann können wir ihn eh nicht suchen, dann können wir ihn eh nicht finden. Nee, 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 dann wird das nichts. Folge 15 gedroint, er ist Folge 18 gedroint. Ja, wir müssen eigentlich noch so viel aufholen, Alter. Ja, aber es kann gar nicht nur, hä, wo... Bruder, also, sind wir gerade dumm, oder was? Pfeile nehme ich mit. 0-0, okay, dann rennen wir jetzt 0-0. Wirklich, ach... Ich hab doch Danke, Mann. Äh, guck einfach immer unter dich, ob er da irgendwo unter der Erde ist. Mach vielleicht das, was der, was die anderen bei uns gemacht haben. Na, soll ich ein bisschen Ex-Style machen? Ja, ja, mach mal so. Ja, hier ist ein Level, Viktor. Okay, cool. Ich kann sein, dass er hier warnt, ein Tier getötet hat, oder so. Okay, ich glaube nicht. Hm, okay, wir sind gleich da. Aber hier wurde auch schon gut gefeilt, anscheinend. Ja. Okay, ja, hier ist der Spawn. Mal sehen, was hier so abgeht. Bruder. Ah. Hier war schon gut Party ab. Siehst du seinen Namen? Wir müssen einmal in der Wahl gucken und sehen, ob der da irgendwo ist. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt finden. Äh, warte. War hier ein Name? Na. Du bist am Trippen. Ich komme mit am Trippen. Wir können jetzt auch halt eine Team-Chest theoretisch machen. Ja, mach mal. Ich gucke trotzdem hier ein bisschen. Bist du? Was machst du da? Bruder. Ich dachte, ihr hätt hier den Namen gesehen. Hm. Oh mein Gott, was? Was? Tom, komm hoch. Sofort. Komm sofort hoch. Wo ist er? Wo ist er? Nee, nee, nee. Die Kiste hier. Dein Schwert für dich. Nee, nee, Tom, hier hinten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Warum ist er hier ab? Schaub 4, die ja. Äh, nimm dir, nimm dir, nimm dir. Ich kann nicht kein Schaub 5 machen. Okay. Hier ist auch perfekt schon hier alles. Ja. Du hast die Rettung. Reiner, Reiner. What the fuck? Power 3, Power 3 Bogen. Yo. Die Spitzung. Fisch hin zu zwei. Power 3 Bogen. Ich kann Power 4 machen. Schaub 2, Lava Heimer noch. Schaub 2, das brauche ich nicht mehr. Ähm. Wer lässt das einfach hier? Ähm. Hast du Power? Ja. Protection nehme ich mir. Ja, crazy, warte. Warte. Manche sind ja schon gestorben, manche Teams. Lass doch mal die Team-Schist von allen durchgucken. Ja, warte. Nee, die sind, die leben alle noch. Die hier sind tot. Ich hab einfach kurz auf Power 3 geupgradet. Power 3. Power 3. Boah, Junge. Ein Sharp 4 Deer ist schon sehr, sehr schmackhaft, Alter. Ist auf jeden Fall besser als das, was du hast. Ist ein Attack-Damage mehr, aber nimmt man. Ist ein safe viel besser. Also, komm. Ah, nee. Spots. Hier sind nochmal 10.000 Melon Seeds hier bei mir in der Kiste. Von Nitoshi, das wird ja gerade erst getötet, das Team. Hier ist auch nochmal Grubblut. Hast du dich gerade über Melon Seeds gefreut? Ja. Oh, hier sind ganz viele Bögen. Die können wir theoretisch verzaubern. Ich hab halt nicht damit dazu. Ich hab jetzt Power 3 Bogen. Äh, ich glaub, ich glaub dir mal mein Power 1. Da kannst du vielleicht auch noch Power, ja, Power Stufe machen. Ich hab Power 2. Dann gib mir mal dein anderes, dein Sharp 3 Eisen oder so. Sharp 4 Eisen, damit ich ein bisschen irgendwie upgrade zu meinem Smite-Schwert haue. Ja. Liegt hier. Ähm, ich würde jetzt einen Team-Chest machen. Wo soll ich den machen? Mach die einfach hier an. Okay. Äh, ich stell noch kurz Öfen auf. Was muss ich da hinschreiben? Irgendwie unseren Team-Namen, oder? Ja, unser Team-Namen. Passt das aber dahin? Wird schon. Ich glaub, wir haben einen ziemlich langen Team-Namen. Dann muss... Muss man... Wie muss man... Ich glaub, ich glaub, es steht im Chat, wie man... Also, wenn es gesaved ist. Das passt nicht. Man muss doch vielleicht irgendwie... Slash Team-Namen, oder so. Oder sonst vergrabt die Kiste halt einfach. Wir machen das wann anders. Ich weiß grad nicht, wie das geht. Ich guck mir das gleich an, wie das geht. Ja, rate nochmal dein ganz restliches Zeug. Ja. Ich hab kein Zeug. Brauch ich noch Leder? Nee, ne? Scheiß drauf. Nee. Wirklich, ich... Leer mich jetzt aus. Ich mach mich jetzt einfach ready für ein Fight. Und fertig ist. Ich würd einfach kurz, ne, mal gucken. Ob da jemand chillt. Ja. Ich war noch nie in der Wahl, so. Na gut. Gehst du jetzt ohne mich, oder was? Ja. Ach, sehen tue ich hier niemanden. Warum leckt es hier so? Ich weiß es nicht. Ja, das geht doch nicht. Nämlich fühlt sich das komisch an. Ja, finde ich auch. Was? Ja, finde ich auch. Finde ich für mich komisch an. Ja, ich glaube, hier wurde ziemlich viel schon abgegrast. Ja, da oben an der Decke halt. Oh, die Decke ist halt noch komplett frei. Ja, aber wollen wir denn zwar jetzt hochbauen, oder was? Ah, hier war direkt ne Fortuns. Okay. Ja, ich würd hier raus. Was haben wir hier? Boah, ist das belastend. Das ist echt, äh, schade irgendwie. Ähm, naja. Aber was ist jetzt unser Plan? Wir machen ja heute ein Double Upload. Das heißt, wir sind dann auf Folge 13. Wir können auch ne Folge machen, wenn wir morgen auch ein Double Upload. Wird scheiß drauf. Ja, wir machen heute ne Folge, dann sind wir bei 13. Und, also wir dürfen ja legit, wir dürfen ja Double Upload machen, ne? Also hat er uns ja gesagt. Wir sind ja immer noch nicht up to date mit den anderen. Das ist halt crazy, das ist einfach. Ja. Ähm, heißt, wir machen Double Upload heute. Dann sind wir auf Folge 13. Dann dürfen wir noch eine hochladen. Und morgen machen wir zwei. Dann sind wir auf 14.15 Uhr, also auf der jetzigen. Und dann dürften wir bis Folge 18 aufnehmen morgen. Ja. Ich finde es krank, dass wir da einfach nochmal Scharpfiedia und so gefunden haben. Ja, das hat uns auf jeden Fall, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Safe. Und ich habe jetzt Pro 2 auch noch auf meiner Hose. Ja, hast du noch weiteres Pro-Buch für mich? Nee, nee, da war nur eins leider. Das sind nochmal alle anderen Chests einfach gucken. Ja, ja, mach ich mal was. Guck da hinten nochmal. Das war ja auch mal hier. Und sonst brauchen wir gleich ausloggen. Und dann ist es halt einfach so. Ja. Wirklich juckt, Alter. Ich will halt ungern so richtig lame sterben, so. Ich habe jetzt schon Bock auf einen Fight. Ist schon irgendwie im Fight. Ja, natürlich. Im Fight sterben, ja. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass wir jetzt niemanden finden. Und dann einfach so. Weil du musst ja auch. Wann musst du weg? Morgen Abend. Morgen Abend? Du bist schon weg? Ja. Wann? Um wie vor? Also, nicht morgen Abend, sondern am Mittwoch fahre ich mittags halt irgendwann. Hä? Warum, hä? Warum sagst du ja morgen Abend? Ja, weil morgen Abend der letzte Abend ist, an dem wir aufnehmen können. Deswegen meine ich morgen Abend. Achso, ja, okay. Gut. Weil ich werde halt abends, also ich werde halt nicht erst so 20 Uhr Richtung Ostsee fahren. Das lohnt sich dann halt. Wir können ja auch gleich am nächsten Tag fahren. Dann bin ich nur für zwei Tage da oder drei. Und dann ist halt auch so. Warum eigentlich? Ja. Was weiß ich, wie viel Gold haben wir noch? Äh, 45 habe ich. Du hast 45 Gold? Ja. Lass dir nochmal kurz im Spawn ein paar Bäume fahren. Einfach für Äpfel. Jetzt Spawn nur. Lass nochmal produktiv sein. Wir finden ihn eh nicht. Natürlich nicht. Einfach hier nochmal ein bisschen abbauen. Und, Victor, sonst kann ich auch sagen. Ich warte. Also, ich habe die ganze Zeit in meinem Spray, wenn ich den Scream angucke. eigentlich die ganze Zeit hier offen. Und dann, wenn einfach was ist, dann liebe ich kurz deren Call. Äh, wir rufen uns. Gehen es euch an. Wenn da ein cooles Team jointen, dann falten wir den einfach, okay? Äh, okay. Dann machen wir später noch unseren Upload. Ich muss das halt alles jetzt eigentlich gleich dann schon vorbereiten, weil das dauert ja immer sehr lange bei mir, bis das... Ja, dann hältst du es einfach an, wenn da irgendein cooles Team joint. Ich kann es, glaube ich, nicht anhalten, aber ja. Uploads kann man anhalten. Nee, wenn ich das rendere noch. Naja, wenn du, wenn du rendern, kann man aber anhalten. Wurde ich mir noch nicht sicher. Bei mir, okay. Vielleicht musst du dann irgendwie stoppen zu dem Zeitpunkt, aber wir müssen. Dein Premiere Pro nicht. Ich habe wirklich kein Bock, heute einfach jetzt eine Stunde mit Verwacht zusammen zu farmen. Und dann sterben wir morgen im ersten Fight. Das wäre halt so uncool. Also dann hätte ich wirklich überhaupt keine Lust. Nee, das wäre schon scheiße. Aber wenn wir morgen sterben, müssen wir wenigstens komplett das Potenzial von unserem Equip ausschöpfen. Okay, also wir spielen dann wirklich nicht auf, öh, lassen wir schnell all in, sondern einfach auf, okay, wir spielen auf Drain, wir spielen auf, weil wir halt noch voller Rüstung haben und so weiter. Aber wir spielen auf unser Heal, was wir wenigstens ein bisschen haben. Jo. Glaubt ihr, bei dir noch irgendeinen Affe? Nö. Sieht nicht so aus. Ja gut, also schade, dass wir jetzt nicht fighten konnten. Ich dachte, der will, weil der hat so viel Star, der hätte uns auch easy zu zweit holen können, wenn der das gut macht. Aber der war anscheinend schon öfter jetzt am fighten, also. Ja, der hat für die ganzen letzten Tage durchgefightet, also. Ja, crazy, crazy. Aber guck mal, so ein Projekt nicht genutzt, er erklärt die ganze Zeit Teams, er hat die ganze Zeit geile Fights. Wir haben so ein lames Projekt im Moment, Alter. Nicht nur, also wir werden das lames Projekt die ganze Zeit haben, aber wir haben, wir haben vom Hacker getötet. Ja. Und müssen dann ganze Zeit nachproduzieren, finden nichts, also es ist ja nicht mal so, oh mein Gott, wir finden viele Deer, also wir sind ultra-stack, sondern wir sind ultra-untersack, wir finden nichts, es ist niemand da. Ist schon echt schade, ja. Uns fragen so Leute nach Fights, wo wir so, wo wir einfach gleich so sein können, hier ist unser Staff. Ja, aber I guess, sonst machen wir es wirklich, also wenn, wir nehmen morgen ja das nächste Mal auf. Und egal welche Optionen wir kriegen mit, was? Wir nehmen heute noch auf. Mal sehen. Wenn jetzt ein kurzes Team joinet. Ich weiß nicht, ob jemand joinet. Wenn, okay, ich hab ganze Zeit Discord offen, ich werd joinen, ich, äh, ich ruf dich an, wenn jemand cooles da ist, dann join wir. Okay, aber ansonsten nehmen wir einfach jede Option, jede Möglichkeit, die wir können zum Fighten.